guten morgen meine lieben einen schönen zweiten advents und auch einen schönen nikolaus ziemlich viel heute auf einmal und ja ich will gar nicht lange erzählen ich fange direkt an mit dem ikea adventskalender und ich gucke heute ich versuche es jetzt wirklich noch mal ob sich da jetzt vielleicht irgendwie was geändert hat oder ob man jetzt irgendwie mehr irgendwo sehen kann also hier weiß ich nicht ob ihr das seht da wackelt dieses teilchen dahin und her im fenster schneidt es noch also zumindest funktioniert es ja jetzt mal der hüpft immer noch die leiter hoch da passiert nichts der taucht auf also anscheinend flutscht es jetzt besser obwohl ich es nicht noch mal die installiert habe oder so aber wie ihr seht es ist da kommt einer auf dem blumentopf da weiß ich gar nicht ob das vorher war oder nicht ja und ansonsten tut sich aber immer noch nichts bei dem zirkus nicht hier nicht also ich hatte zumindest gehofft dass dieser zug mal darüber fährt oder so aber nichts okay kein problem ich habe die sechs schon gefunden die ist hier und das ist ja ein großes kästchen weil heute haben wir ja wieder diese aktionskarte dabei ich probiere das trotzdem mal zu scannen okay da kommt ein fenster wo schneit das haben wir ja schon da unten das ist exakt das gleiche genauso und bei diesen gutscheinen ist es ja immer so dass ein mindestwert von fünf euro drauf ist ansonsten eben zehn bis 1000 und das ist haben sie das denn da unten genau da haben sie das stehen also es gibt 100 x 1000 kalender dann gibt es 1000 kalender mit 100 100.000 mit zehn und zwei millionen blau irgendwas mit fünf euro genau und da ist diesmal was anderes sonst waren immer so die langen stangen drin die auch sehr lecker waren da werde ich gleich mal gucken ob das die gleichen sind zur hilfe ja und hier ist diese karte und was da drauf ist erfahre ich dann ja erst im laufe des jahres gültig sind die dinge eigentlich immer bis zum nächsten jahr jetzt muss ich mal gucken wo steht das denn jetzt wie lange die gültig sind ja genau hier sechste 22 also das wird wohl dieses gültigkeits ding sein also das war eigentlich immer nur um 8 und stets auch genau bis sechste bis sechste zwölfte gültig sechs monate ab dem sechsten zwölften genau also hat man ein halbes jahr zeit die einzulösen und ich mache mal hier die süßigkeiten auf so und hier haben wir einmal so eine dunkle schokolade mit weißen streifen probieren später hier auch eine auch mal genau das gleiche ok dann brauche ich nur ein probieren da ist zweimal das gleiche drin auch verschiedene verpackung aber auch immer und da ist so eine weiße creme drin schmeckt lecker aber ich kann nicht sagen so nach und ist auf jeden fall dunkle schokolade ist auch mal ganz schön ich mag zwar gerne voll milch aber zumal ein stück ein bisschen dunklere schokolade bin ich gar nicht schlecht so ich es das aber nicht auf ich habe heute mal sehr lange geschlafen normalerweise stehe ich um sechs auf heute bin ich um viertel nach zehn aufgewacht weil sonntag stelle ich mir keinen wecker ja und ja ich bin dementsprechend auch noch ein bisschen zerknautscht jetzt weil ich aufgewacht bin gedacht schnell video machen und ja ich bin ja auch gespannt was in meinem päckchen heute drin ist bei plotter marie habe ich nachher wieder ein video und das gehört ja mit den beiden folien von gestern zusammen da war ja eine weiße und eine schwarze flex folie drin und heute scheint auch eine folie drin zu sein oder sowas oder weiß ich nicht es könnte es könnte sogar das ist was ausgeschnittenes vielleicht ist das mal eine fertige plotter datei das wäre ja auch lustig wo man gar nichts mehr machen muss sondern die einfach nur auf bügeln also aufpressen in meinem fall könnte weil es fühlt sich an als wenn da so drüber fasse als wenn da muss da wären jetzt auch nicht wirklich durchgucken ja macht nichts ist auch gut so ich will mir auch die überraschung nicht verderben ich habe auch das video noch nicht gesehen meine beiden online kalender die habe ich also meine plotter dateien kalender habe ich auf jeden fall schon aufgemacht die habe ich schon gesehen als gefällt mir ganz gut das andere werde ich definitiv nicht verwenden ich finde zwar von zeit vom gezeichneten her süß aber ich möchte sowas einfach nicht auf meinem t-shirt oder so haben und möchte das auch nicht verschenken deswegen werde ich diese dateien nie benutzen macht aber nichts so den kriege ich schon mal an die seite hier nehme ich mir gestern die fünf auch schon mal hier an die seite genau ich zeige euch ganz kurz hier zwischendrin was ich habe nämlich gestern so ein paar lesezeichen ganz spontan hatte ich irgendwie lust zu basteln und habe mir gestern hier solche lesezeichen gemacht und ich fand diesen spruch so cool nur noch ein kapitel und ja am besten gefällt mir das hier und hier habe ich ich habe von adding habe ich was pens und die habe ich genommen und habe da auf dem auf einer folie einfach ein bisschen hin und her und dann habe ich mit dem letzter von stampin up ich glaube das ist auf alkohol basis weil es hat auch gerochen gestern habe ich da dann drauf gesprüht und ihr seht es wahrscheinlich nicht wirklich aber es schimmert also es glitzert nicht sondern es schimmert das hat so ein permut effekt ja und das fand ich ganz witzig die habe ich gestern mal so nebenbei die werde ich irgendwo an geschenke noch mit dran die sind mir gerade ins auge gefallen deswegen zeige ich es euch jetzt genau so wir machen aber weiter mit den adventskalendern darum geht es ja heute und ich öffne mal die nummer sechs und ich versuche wieder zu reißen möchte ja die tüten immer retten weil ich finde die kann man super abzeichnen da kann man sehr sehr gut nächstes jahr vielleicht einen kleinen adventskalender mit diesen teilen hier machen wirklich die tüte und nicht der aufkleber es ist tatsächlich was ausgeschnitten ist und okay jawohl da haben wir eine männer datei auf jeden fall eine männer datei die folie ist also das muss ja auf jeden fall eine speziell bedruckte folie gewesen sein und aus dieser folie haben sie dann diesen spruch gemacht und mountain ach so berg also berg abenteuer und dann unten diese snowboards ja und ich habe einen neffen der snowboard fährt unsere jungs also die fahren nur ski gefahren kein snowboard aber ja ich werde trotzdem t shirt machen das ist halt jetzt doof weil ich habe ja nur 1 und ja mit diesem neffen habe ich eigentlich nicht so viel kontakt aber irgendwann ergibt sich das dann sehe ich ihn und dann kriegt er ganz spontan t shirt von mir ja witzig also ich habe auf jeden fall jemanden wo ich es verwenden kann wenn ich jetzt niemanden wüsste der snowboard fährt dann wäre es jetzt ein bisschen und ja für mich wäre es halt schlimm weil ich nur eins habe ich müsste davon ein zweites nachordern weil ich sonst einfach das problem hätte dass ich das nur einem schenken kann und dem anderen nicht so und das scheint auch also diese folie hier die ist also was mich auch ein bisschen irritiert ist dass diese sachen nicht ausgeschnitten sind ja es ist abgetrennt durch eine zeichnung ich glaube ich hätte schöner gefunden wenn es ausgeschnitten wird aber das ist ja geschmackssache zur not kann ich es mir einscannen kann sagen hier fahren wir auf der linie hier nochmal lang okay bei der wird es nicht funktionieren aber bei denen hier auf jeden fall schon oder ich scanne es ein und mache es auf dem rechner und sage ihm wo er schneiden muss mit dem dorser ist das ja nicht so schlimm wenn man teile hat die einem nicht gefallen dann kann man es einscannen und entweder auf den computer packen und dort bearbeiten oder eben direkt auf dem plotter wenn er die schneidelinien erkennen kann dann kann ich sagen hier die linie die schneidest du mir bitte das ist schon sehr praktisch deswegen liebe ich meinen browser plotter auch sehr genau so ja wie gesagt kann es gebrauchen ich bin jetzt aber gespannt was das mit dem teil von gestern zu tun hat weil gestern waren ja wie gesagt diese beiden folien hier noch dabei die weiße und die schwarze und das soll ja jetzt zusammen gehören ich werde mir jetzt gleich einmal das video anschauen und werde einmal gucken was sie da so gemacht hat eventuell mache ich euch ein paar screenshots und zeige euch was ja was sie da so gezaubert hat weiß ich aber noch nicht genau ich gucke mal und ja ansonsten werde ich es euch versuchen zu erklären ja und wie gesagt ich mache euch jetzt auf pause ich gucke mir das video an und danach zeige ich euch noch die plotter dateien die ich bekommen habe ja und dann kommen wir zu missfruchteis da freue ich mich schon drauf das beste gebe ich mir immer bis zum schluss auf okay ihr lieben dann bis gleich so ihr lieben da bin ich wieder ja ich habe mir das video angeschaut und ich muss euch sagen ja ich weiß nicht warum die beiden tage zusammen gehören sollten weil sie hat diese sachen direkt in ihre kiste zum aufheben gepasst hat das und das und das ausgeschnitten übrigens diese datei sieht man hier unten auch noch mal ist von torsten berger das muss noch mal erwähnt werden von wem das ist und ich werde euch unten in die infobox einen link packen wo ihr diese datei oder das bild bekommt also es gibt bei der info bei dem infozettel von plotter martin gibt es einen link zum shop also wo man das wahrscheinlich bekommt und da werde ich den link werde ich euch natürlich kopieren dass ihr euch den eventuell nachkaufen könnt okay so also sie hat wie gesagt diese sachen hier ausgeschnitten das teil hat sie sich auch aufgehoben und das und das hat sie einfach auf dem t shirt gepresst und zwar das vorne und das hinten hier wo immer diese schildchen auch ist von außen aber also dass man sieht wenn man rumläuft ja und das war es das war das projekt okay das ist jetzt nicht so spektakulär und sorgen da wäre ich jetzt selbst noch drauf gekommen okay egal wie gesagt ich bin nach wie vor sehr begeistert von dem plotter marie adventskalender ich würde mir auch jederzeit wieder kaufen und man ist ja auch nicht gezwungen die sachen die sie vorschlägt nachzumachen also sie hat immer super tolle ideen wenn ihr bei ihr mal auf den kanal sie hat sich jetzt leider umgenannt und deswegen den namen kann ich mir leider nicht merken aber ich habe ja unten in der infobox habe ich ja verschiedene links und da packe ich euch auch mal ihren kanal beziehungsweise pack ich ihren kanal immer oben ja jetzt weiß ich nicht wo er angezeigt wird da oder da ich glaube da wird die infobox angezeigt und da kommt ja immer so da ploppt ja immer so was auf wenn wenn eine bestimmte stelle kommt und ihren kanal packe ich immer in die infobox und den link zu plotter marie packe ich immer unten in die nein in die infobox und oben in diesen in dieses info ding was auf ploppt da ist der link zu ihrer zu ihrem kanal drin genau also das habe ich immer beides müsst ihr mal gucken in den letzten videos habe ich das immer so gemacht genau und auch heute wird so sein also sobald der kalender müsste noch ein stückchen zurückspulen sobald der kalender von ihr ist wenn ich den auf mache dann ploppt oben diese info auf und da ist dann eben der link zu ihrem kanal da könnt ihr drauf gucken genau ja ich mache erst weiter mit den online sachen und dazu mache ich schon mal das erste auf und hole euch auf meinen monitor ihr seht wieder die schrift oben drüber wundert euch nicht muss ich leider so machen hier unten seht ihr es aber auch noch mal den hinweis von tante plotter und hier haben wir so eine mandala hand ja finde ich ganz nett passt aber nicht so zu meinem glaubens dingen und deswegen weiß ich nicht so wirklich ob ich es benutzen werde vom stil her finde ich es sehr schön ich weiß aber nicht ob ich es benutzen werde so und dann zeige ich euch noch die andere datei von der habe ich ja schon erwähnt dass ich sie nicht benutzen werde und ja jeder der mich ein bisschen kennt der weiß jetzt warum ja ich finde es vom vom zeichen stil her sehr süß ich überlege man darf ja die sachen geringfügig verändern ich überlege ob ich den text unten komplett weg mache und mir hier die hörner raus radiere also ja die hörner halt weg mache und dann habe ich halt einfach nur so einen spitz bügigen elf dann würde ich vielleicht noch verwenden oder halt nur ein füchschen das würde ich verwenden die hörner und der text müssten für mich halt weg genau oder ich nehme einfach nur das in der mitte aber das wird halt zu schwer also das ist zu viel hin und her da muss ich gucken wie wie die plotter datei aufgestellt ist ob man das also eigentlich kann man ja alles die gruppierungen aufheben und kann ja alles weg machen und die linien von den hörnern müsste man eigentlich auch abschneiden können und das teil dann halt dementsprechend raus löschen aber ich guck mal ich weiß noch nicht vielleicht ist mir das auch einfach zu viel arbeiten vielleicht auch zu viel veränderung vielleicht darf ich das auch so gar nicht mal gucken genau so und wir kommen zu meinem adventskalender von meiner lieben miss fruchteis ja ich habe die sechs irgendwann schon gesehen aber ich habe natürlich wieder vergessen wo ok diesmal fange ich hier von hinten an und die 18 die 10 3 die 8 21 die 5 die 22 die 7 die 20 die 16 die 2 die 11 23 15 4 9 13 war doch ganz vorne 19 1 24 12 12 und da ist die 6 tatsächlich fast ganz vorne egal kann ja nicht immer klappen so und als erstes hören wir natürlich wieder den bibel spruch höre mein sohn und nimm an meiner meine rede nimm an meine rede entschuldigung ich fange mal an höre mein sohn und nimm an meine rede so werden deine jahre viele werden sprüche 4 vers 10 ja sehr schön und heute habe ich wie passend einen nikolaus oder ein weihnachtsmann und so könnte sie mit einer riesen langen geschenkliste ja und wie gewohnt stelle ich euch auf pause und suche mir erst mal das paket raus da bin ich wieder ich habe das paketchen gefunden ja und da ist irgendetwas weiches drin könnte etwas zu anziehen sein keine ahnung stoff vielleicht könnte auch sein ich mach es nicht zu spannend und direkt einfach mal rein ich versuche wieder das papier zu retten bei dem anderen habe ich leider nicht geschafft es war da waren zu viele flächen so geklebt war aber das hier ist groß genug da finde ich auf jeden fall die ein oder andere stelle wo ich was aufheben kann deswegen mache ich es auch besonders spannend ich mache schön langsam auf und versucht überall das wird nichts so das kommt mir etwas grünes das sieht aus wie die tischdecke fühlt sich zumindest an also es ist fühlt sich so ein bisschen plastiknäßig an okay da bin ich gespannt was das ist also ich glaube nicht dass es etwas von meiner liste ist falls doch dann schreibt mir das bitte das ist eine tüte ist es noch mal in einer tüte eingepackt okay habe ich mir irgendwas mit stoff gewünscht kein plan kein sagen weil ich will ja gleich sind aber immer ganz schön laut so wie ich mal drauf steht es ist ein stoff es ist ein stoff und den shop kenne ich noch nicht durchatmen über den stoff streicheln und lächeln ach ist das eine schöne tüte die gefällt mir super den laden kenne ich nicht da werde ich nachher auf jeden fall mal reingucken ihre adresse aber egal weil sie ihre adresse auch immer zeit ja wohl guckt euch das mal an und das ist doch etwas von meiner wunschliste cool da habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht und zwar gibt es bei amazon also meine wunschliste dieses jahr habe ich ihr von amazon geschickt weil ich da einfach eine vielzahl an möglichkeiten habe genau und ich glaube mit dem muster kommt die kamera gerade nicht klar seht ihr das ja auf jeden fall habe ich mir tatsächlich das sind eigentlich so eine art wandteppiche beziehungsweise schon stoff und ich möchte mir aus diesem stoff eigentlich wollte ich mir daraus eine hose da ich aber momentan größte 42 trage beziehungsweise 44 sogar ist dieser stoff natürlich nicht groß genug um eine hose für mich zu machen das macht aber nichts weil man kann ja stoffe mischen gott sei dank und dann werde ich gerade an die seite dass die kamera wieder klar kommt super schön ja finde ich richtig richtig cool das war auch glaube ich einer der größeren posten auf meinem adventskalender also vom bezahlen her meine ich jetzt von den teureren sachen ja das ist auf jeden fall richtig geil also ich habe halt super viele möglichkeiten dadurch dass in diesem stoff so unheimlich viele farben sind kann man das theoretisch mit jedem uni farben stoff mischen bei ja hier drin kommt ja fast jede farbe vorne und das sind halt alles farben die gut zu mir passen also so herbstliche farben die passenheit sehr sehr gut zu mir das hier würde jetzt nicht ganz so passend das müsste ein bisschen dunkler sein das macht aber nichts dieses senf gelb zum beispiel passt wieder und wenn ich jetzt den selbst gelben stoff nehme und dieses petrol passt auch nur dieses dieses rötliche das ist nicht so ganz meine farbe da bräuchte ich immer so was dunkles genau aber das macht nichts weil die anderen farben die hier drin sind dieses türkis petrol und dieses senf gelb das passt mir total zu mir und dann kann ich halt diese beiden farben in meinen basic farben aufgreifen und dann habe ich wieder was was total passt also ja da ich weiß noch nicht was ich draus mache ich werde mir was richtig cooles machen und vor allem ich werde es für mich machen und das betone ich mit absicht so sehr dass falls irgendwer von meinen freunden dieses video zufällig doch mal gucken sollte ich weiß nicht wie euch das so geht falls ihr einen youtube kanal habt nicht jeder von euch hat ja nie kanal aber wenn ihr einen habt würde mich mal interessieren wie ist das mit euren freunden gucken die eure videos oder ist das eher so dass die sagen ja naja gucke ich nicht so also familie und freunde und so das interessiert mich mal weil ja nur weil man mit jemandem befreundet ist und vielleicht sogar beste freunde ist heißt es ja nicht dass man immer die gleichen interessen hat und ja vielleicht habt ihr halt freunde die sagen ich gucke dein kanal überhaupt nicht und andere die gucken es manchmal manchmal nicht also so ist das bei mir aber ja keine ahnung genau ja ich freue mich mega und ich hoffe so sehr dass du dich über deins freust ich weiß ja nicht ob du es jetzt schon ausgepackt hast oder ob du heute auch mal verdient ausgeschlafen hast ich bin sehr 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 gespannt auf dein video und naja gut bin ich sowieso jeden tag ich gucke sowieso jeden tag immer wann wann sie denn ihr video hochgeladen hat und freue mich dann immer sehr ihr zuzuschauen wie sie sich über ihre sachen freut genau und ja ich hoffe heute mache ich dir wirklich eine freude und nicht irgendwas anderes ich habe ja gestern schon erwähnt wenn dir das geschenk heute nahe geht dann darfst du mich gerne anrufen und dann ja quatschen wir ein bisschen genau so wie gesagt nicht zu viel verraten ja immer noch ich freue mich riesig der ist wunder wunderschön vielen dank ja ihr lieben das war's ich hatte gestern in dem video euch gezeigt eine stickdatei und eine plotterdatei wie gesagt wenn ihr sie haben wollt schreibt mir eine e mail meine e mail adresse findet ihr unten in der infobox da so und ja schreibt mir einfach eine e mail adresse ja schreibt mir eine e mail mit eurer e mail adresse ist mir gestern beim schneiden schon aufgefallen dass ich immer gesagt habe schickt mir eine e mail adresse stimmt ja theoretisch auch aber klingt irgendwie komisch genau schreibt mir eine e mail eure e mail adresse habe ich dann ja automatisch wenn ihr mir eine e mail schickt und schreibt mir welche dateiendung ihr für die stickdatei braucht nicht vergessen nicht dass ich euch dann dann kann ich euch ja nichts schicken und ja wenn man so viel hin und her ist ich habe kein problem mit euch ein bisschen zu schreiben kein problem aber ich möchte natürlich nicht stundenlang immer wieder hin und her ja weil die und die und die info noch fehlt deswegen einfach schreibt mir eine e mail dann habe ich eure e mail adresse schreibt mir welche dateiendung ihr braucht ich habe gestern vorgelesen welche dateiendungen ich machen kann bei den stickdateien und wie gesagt bei der plotter datei ist es immer eine svg datei und die müsste eigentlich bei jedem geläufigen plotter funktionieren gut ihr lieben das war es aber für heute habt einen super schönen zweiten advents einen schönen nikolaus genießt die zeit heute mit eurer familie falls ihr euch trefft ja und lasst euch einfach mal ganz relaxed und ja genau genießt es einfach fertig habt einen schönen tag wir sehen uns morgen schon wieder ich freue mich auf euch bis dann tschüss